Wetterleuchten Geschrieben von Sanna2907 Kapitel 1 Schon seit dem Morgen quälten Hermine Kopfschmerzen. Einer von vielen Gründen, warum sie darauf verzichtet hatte, all die anderen ins Hauptquartier des Phönix-Ordens zu begleiten. Seit Sirius alleine dort hauste und sich versteckte, gab es solche spontanen Zusammenkünfte oft. Der Animagus war einsam, konnte das Haus nicht verlassen und schätzte Gesellschaft deshalb sehr. Auch heute Morgen hatte er eine Eule geschickt und alle waren aufgebrochen, um ihm zur Seite zu stehen. Im Tagesverlauf hatte sich der dumpfe Schmerz an ihrer rechten Schläfe verstärkt, was meist ein sicheres Zeichen dafür war, dass am Abend ein Gewitter zu erwarten wäre. Den Nachmittag hatte sie dann in dem Zimmer verschlafen, das sie während den Ferien im Fuchsbau mit Ginny teilte. Molly achtete streng darauf, dass die jungen Frauen und Männer, die sie beherbergte, getrennte Zimmer bewohnten. Sie waren jetzt fast alle 15 und älter, und Molly fand, dass diese Trennung mehr als nur nötig wäre. Als Hermine erwachte, war es bereits dunkel und fernes Donnern kündigte tatsächlich an Gewitter an. Die junge Hexte hasste Gewitter. Sie machten ihr aus unerfindlichen Gründen Angst, ein Umstand, der sich auch mit purer Logik und all ihrer Intelligenz nicht abstellen ließ. Das ärgerte sie und wurde verstärkt durch das Gefühl, hier im Fuchsbau nun ganz alleine zu sein. In einem eigentlich fremden Haus. Gemütlich und gastfreundlich natürlich, aber doch fremd. Trotzdem verzichtete sie auf Licht, als sie leise Ginny's Zimmer verließ und sich in der Küche einen Tee kochte. Das Wetterleuchten. Noch weit weg am Himmel beleuchtete die Treppe zwar nicht gut, aber ausreichend. Barfuß tappte sie die Stufen herunter, was fast kein Geräusch verursachte. Ihr Katerkrumbein auf ihren Fersen. George hatte wirklich mit zu Sirius Black gehen wollen, war aber über dem Buch, das er gelesen hatte, eingeschlafen. Warum hatte sein Bruder ihn nicht geweckt? Sicher wieder einer von Fred streichen. Hatte er ihn nicht heute Nachmittag damit aufgezogen, er würde mehr lesen als Hermine? Ach, aber egal, ein wenig Ruhe im Haus schadete nicht. Dass er den Vergleich mit Hermine eher gut fand als schlecht, war sein kleines Geheimnis. Hermine war nicht nur intelligent, sondern auch sehr hübsch, wie er sich Anfang der Sommerferien hatte eingestehen müssen. George war vom ersten fernen Donnern aufgewacht und hatte sich mit einem ganz ähnlichen Gedanken wie Hermine auf den Weg in Richtung Küche gemacht. An einem der vielen Fenster, die die Treppe seines Elternhauses säumten, war er stehen geblieben, um fasziniert das Wetterleuchten zu betrachten. Als Hermine die Silhouette auf den dunklen Treppen entdeckte, erstarrte sie. Jemand oder etwas stand dort, regungslos. Es waren doch alle weg, oder? Wer konnte das also sein? Der jungen Hexe lief es kalt den Rücken herunter. Die Zeiten waren düster geworden. Der dunkle Lord gewann mehr und mehr an Macht. Stand dort ein Eindringling, der die vermeintliche Abwesenheit der Familienmitglieder nutzte und eingedrungen war? Sie spannte sich an und zog ihren Zauberstab. Dann nahm sie all ihren Mut zusammen und sprach den Schatten laut an. Wer immer du bist, zeig dich. Du hast hier nichts verloren. Ich, ich bin bewaffnet. Zuerst hörte sie ein überraschtes Keuchen und dann in ihrer völligen Verwunderung ein leises Lachen. Granger, steck den Stab weg. Ich bin es. Und ich wohne hier. Bei Merlin George, was machst du hier, das mich zu Tode erschreckt? Der Zwilling grinste. Nun, um deine Frage ein zweites Mal in einer Minute zu beantworten, ich wohne hier, wie du sicher weißt. Außerdem bewundere ich das Wetterleuchten. Komm hier runter ans Fenster. Es ist wirklich eindrucksvoll. Zögerlich kam Hermine einige Schritte näher und stellte sich dicht neben George in die Fensternische. Die Nähe war ungewohnt und der jungen Hexe ein wenig peinlich. Sie mochte George sehr sogar. Er las mittlerweile beinahe genauso gerne wie sie und er war viel ruhiger als sein Zwillingsbruder. Außerdem war er hübsch. Aus unerfindlichen Gründen hübscher als Fred, wie Hermine erstaunt festgestellt hatte. Und jetzt sah er so gut aus. Trotz Sturmfrisur, einfach im T-Shirt und Jogginghose. Als Hermine ihn angesprochen hatte, war George mehr erschrocken, als er zugeben wollte. Unvermittelt mit dem Zauberstab bedroht zu werden, hatte seinen Puls beschleunigt. Zu sehen, wer es war, der da über ihm auf der Treppe stand, hatte nicht zur Beruhigung seines Herzschlages beigetragen. Er mochte, was sie trug. Leggings und ein einfaches langes Shirt. Ein hoher Pferdeschwanz legte ihren Hals frei. Bei Merlin, wann hat er angefangen, an ihren Hals zu denken? Beide sahen schweigend auf das Spektakel am Himmel, als es erneut donnerte. Dieses Mal lauter, und Hermine zuckte zusammen. Hast du Angst? Ein bisschen, aber das Gewitter geht sicher bald vorbei. Sie wollte nicht zugeben, dass sie innerlich vor Furcht bebte, aber George konnte ihre Unruhe beinahe körperlich spüren. Ihre nackten Arme berührten sich leicht, und der rothaarige Junge lächelte auf das kleine Mädchen neben ihm herunter. Du zitterst ja. Komm, Granger, gehen wir in die Küche. Ich kann ganz guten Kakao kochen. Das hilft, wenn man sich fürchtet. Hermine nickte und folgte ihm die Treppe herunter in die warme Küche. Das Feuer im Herd war noch nicht ganz erloschen, und er fachte es mit deinem geschickten Handgriff wieder an. So schweigsam kenne ich dich gar nicht. Du hast mehr Angst, als du zugeben wirst, oder? Er sah sie nicht abwertend an, höchstens abwartend, und sie beschloss sich vor ihm nicht verstecken zu müssen. Du hast recht, ich habe eine scheiß Angst. Meinst du, es wird schlimm? Keine Ahnung, ich habe den Wetterbericht nicht gehört, aber der gute alte Fuchsbau, der hat schon viele Gewitter überlebt. Also, keine Sorge. Er grinste dieses schiefe Weasley-Grinsen, das Hermine so liebte. Ich nehme dich beim Wort. Ihre Augen trafen sich für einen Augenblick, und in Hermines Magen flatterte mit einem Mal ein kleiner Schmetterling. Dieser beruhigte sich erst, als sie den ersten Schluck aus einer dampfenden Tasse Kakao nahm, die George vorher abgestellt hatte. Er hatte ihr gegenüber Platz genommen, sah sie an und nahm ebenfalls einen kleinen Schluck aus seiner Tasse. Der kleine Knall den Creature verursachte, der plötzlich mitten in der Küche erschien, ließ beide zusammenfahren. Guten Abend, junger Herr des Hauses Weasley, der hier mit dem Schlammblut am Tisch sitzt. Eure Mutter schickt mich mit einer Nachricht, die ich diesem Schlammblut am liebsten nicht mitteilen möchte, aber besser als in dem Haus der alten Herren mit all diesen Blutsverrätern. Kommt zur Sache, Creature. George war aufgestanden und sah böse auf das vor sich hin brabbelnde Wesen herunter. Ja, Herr, der ebenfalls sein Blut verrät, hier in seiner eigenen Küche. Eure Mutter lässt ausrichten, dass es kein einfaches Gewitter ist, das da heraufzieht. Der Wetterbericht spricht von einem schweren Sturm, der die ganze Nacht andauern wird. Alle haben beschlossen, in London zu bleiben und erst morgen zurückzukehren. Sie und Miss... dieses elende Schlammblut sollen im Haus bleiben. Gut, Creature, du kannst gehen. Ehe Hermine ein Danke-Creature herausgebracht hatte, war der alte Hauself mit einem weiteren Knall verschwunden. Warum willst du dich noch bei ihm bedanken? Er ist absolut fies zu dir. Er kann nichts dafür, George. Seine alte Herrin hat ihn verdorben und... Weißt du, dass ich außerhalb meiner Familie noch nie einen so lieben Menschen wie dich getroffen habe? Die junge Hexe sah ihr gegenüber überrascht an. War das jetzt ein Kompliment? Sie beschloss, es sei solches zu sehen und wurde rot, was sie augenblicklich verfluchte. Aber George lächelte nur und sah dann besorgt aus dem Fenster. Ich gehe kurz alles festmachen. Ich bin gleich wieder da, okay? Mach mal das Mucke-Radio an und schau, was du hörst. Damit verschwand er nach seinem Parker greifend auf dem Hof und Hermine schaltete das Radio ein. Tja, Leute, da zieht ein Jahrhundertsturm herauf und er bleibt uns auch die ganze Nacht erhalten. Böen bis zu 120 Kilometer pro Stunde, dazu heftigste Gewitter mit Hagel und Starkregen. Bleibt also bloß drin, Leute. Und jetzt wieder Musik. Wenn Hermine sich bis eben nur gefürchtet hatte, war es jetzt richtige Angst, die sie anfiel wie ein wildes Tier.